hallo freunde youtube sports willkommen hierzu dead by daylight ja wenn diese jetzt diese folge jetzt gerade öffentlich kommt denke ich mal habt ihr wahrscheinlich schon die erste folge von outlast 1 gesehen ja den trailer also ich habe da echt mal ein bisschen geguckt wegen dem trailer weil ich mache eigentlich zu jedem display dass ich machen würde so eine richtung von kleinen schweiler dazu aber ich zeige cool geil freue ich mich drauf und ich habe extra diese engelstexte die in den trailer dann vorkommen habe ich extra für euch übersetzt ja und dann noch bilden mit musik und allerdings eingesetzt und ihr fragt euch monetarisiert es wurde monetarisiert keine und was willst du denn von mir läuft mir jetzt hinterher bin ich geh krachl ey alles klar oh scheiße da wird zwar lange dauern der generator jetzt so zu machen aber vielleicht finden die erst tote da wo ich jetzt nicht auszugehen 2000 punkte die mir fehlen aber so begebe ich mich nicht immer gleich in die auch keine barbecue und schille drin die alle dort natürlich jetzt wieder ewig jawohl fähigkeit ausgelassen ich weiß nicht ob ich das jedes mal treffe das ist dann halt kommt dran wo diese ja genau das meine ich wo das ding immer erscheint ja das dauert echt lange der generator ich habe das gefühl wie in der letzten runde aber die ist wieder darüber geflitzt werden ach man ist doch scheiße war schnell geheilt der kollege und wollingen schau bis weiterkommst du olle brevo schwuppa schwuppa ganderster so warte mal einen hack muss ich auch noch machen nehme ich direkt mal mit ja die sitzt am generator ich weiß nicht ob das jetzt ein haken den ich machen musste oder zwei wegen dem ritualen das dauert auch wieder ewig Interesting Bis als Sie milks auf komm 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 ist doch ist doch nicht mehr normal alter wtf aber wie geht die denn ab alter diese alte kackbratze ja ruhig gar nicht wickele das regnaken totaler schwachsinn hast du keine chance du denk am haken ist doch runter ich hänge machen ja hier gibt es einfach zu viele haken nebeneinander also ich weiß wie der programmierer von dem daylight die müssen doch die des die müssen doch nicht mal das im schrank haben alle programmiert man denn so ein schrott ja lokal mingen nicht dein ernst was du gerade machst oder man lassen die sich wieder zeit diese idioten ja der nächste wird gejagt er ist jetzt ach meine fresse geht doch mal kacken du blöde schwein mann diesen mist der katze mit deiner oma abziehen aber nicht mit mir ja 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 ach ok alles klar ich hätte ich hätte das warten sollen bis sie fertig ist mit dem hin und her flitzen ja damals totem endlich ja leck mehr alt da war der barbecue und schilder drinnen werden so wie die dahin gezimmert ist ja er hat eine ausdrucksweise ist so typisch der dunkelhäutig und jetzt was anderes sagt ja heimlich sofort aber ich sage weit genug entfernt da hinten ja sehr schön gut gemacht danke der barbecue und schilder lauf ich doch jetzt wieder andere richtung ich will jetzt nicht vermachen da hinten bin ich im arsch da echt ewig und scheiß generator zum kotzen noch zu denen auch unterkriegen wir machen erst mal vom acker und sei dass sie gleich hier ist ein generator absucht also weiter generator machen ist eigentlich für die als killer denken den stein anguckt ich kann nicht mal gerade ach siehste mal hatte ich gut gemacht bin ich gut oder was teleportiert sich nicht hier zum schiff hinten am steg ach fuck you man du bist doch behindert im schädel also müssen wir ganz da virus du hast mich jetzt nicht gesehen warum läufst du denn zu mir du wirst den kinder nicht bei mir ab die hatten wahrscheinlich gesucht das sah sehr verdächtig aus also ihr müsst heutzutage müsst euch aufpassen was wir mit was für plinsel ich bleib jetzt hier ja dass man nicht die foto stellung machen kann wie man auf der welt kommt kommt sich ja war er war für eine dumme nuss war für eine dumme nuss lässt sich der also ich habe also das war eindeutig definitiv ein anschlag auf mich killer bei mir abzuwischen bin ich in ordnung absolut die hat mich gesucht ja gedacht bin wahrscheinlich die richtung weiter gelaufen keine ahnung warum die da jetzt abgebogen ist er war schon sehr verdächtig lassen wir einfach mal so stehen die hätte versucht nicht zu mir zu laufen okay ist der nächste dran gespannt wie lange es dauert bis er den hat ich hoffe ja dann immer dass die leute ein bisschen durchhalten also die anderen laufen das bei mir auch aber die unterhaltung ich bin ein alleinunterhalter jetzt hier gerade ja und wenn ich mit meiner crew spiele das natürlich nicht also meine community liegt mir mehr am herzen als alles andere im moment also da ist mir auch so ein camillo mit seinem formel 1 total scheißegal das hilft mich nicht ich mache jetzt nur noch das worauf ich bock habe und warte nicht mehr auf von irgendwas zu erhoffen wo nix bei rumkommt oder was einfach nur scheiße laberei ist so so margret so sieht das auch nicht ob du alter stinker dann wurde das natürlich noch ein generator aber die sache ist ja vom großen schiff und zu dem kleinen boot das gefällt mir nicht so man auf die 600 600 garstigen töften smith aber hier mal noch einen haken die punkte müssen wir noch kriegen bevor der letzte generator gemacht worden wurde ja und wo ist das da ja wahrscheinlich barbecue und chili drinnen finde ich erst geil oder geil oh scheiße und hast du mich jetzt nicht gesehen mutti ich war versuch was wert ach komm schon sei kein arsch danke schatz ich bin natürlich keine punkte jetzt aber ich werde jetzt kurz bevor sie oder voll machen was ich habe da nichts zu verlieren ich habe mich eh liegen das war ich nicht gewickelt habe weil ich nicht gewickelt habe funktioniert also ich habe das jetzt schon ein paar mal gehabt so jetzt haben wir das geld auch schon mit einem sack nice one dude ok da hast du direkt die verbindung da brauchen wir kommen ich will jetzt mal steam noch mal gerettet was läuft tag noch mal gerettet alles klar liebe flu 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 ich hatte probleme mit ihrem eh was ist los ich kann jetzt so moment nee ich kann es nicht anklicken schade ich kann es mir nicht angucken also irgendwie hat das spiel dann auch wieder eine macke so freundes kann youtube sports ja das ist diese runde auch heute hat es euch gefallen ich habe die luke gekriegt fette sache und ja ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten folge danke fürs zu sehen bis zum nächsten mal euer virus hey ciao mit faul